Es fing nicht mit Gaskammern an. Es fing an mit einer Politik, die von wir und die sprach. Es fing an mit Intoleranz und Hassreden. Es fing an mit der Aberkennung von Grundrechten. Es fing an mit Menschen, die einfach wegschauten. Wir schauen nicht weg. Wir schauen hin und wir treten entgegen. Das sind wir allen Opfern des Nationalsozialismus, vor allem aber den Jüdinnen und Juden schuldig.